Hi Leute, in diesem Video zeige ich euch, wie ihr das eisige Beil bekommen könnt. Hier sind wir in der Nähe des Tempelviertels in Raya Lucaria und von diesem Leuchtfeuer aus nehmen wir schnell Sturmwind und reiten mal dort hinten zu liegen Turm rechts dran vorbei hier beim Tempelviertel wir sind schon fast da hier noch kurz links und dann seht ihr hier dieses kleine Gebäude und da drin also verzeiht ich habe die Tür schon aufgemacht aber dann dachte ich glaube viele wissen das gar nicht also wollte ich euch zeigen hier schaut hier ist es ganz genau ja und das war's ja vielen dank fürs reinschauen und ja auch eine gute Zeit euch euer Mac Mo